Seit Anfang vergangener Woche in der Türkei und in Syrien die Erde bebte, sind unsere Herzen schwer. Wir sind erschüttert, wie viele Frauen, Männer und Kinder in dieser furchtbaren Katastrophe ihr Leben verloren haben. Wir trauern mit ihren Angehörigen und Freunden. Wir fühlen mit den Verletzten, mögen sie bald wieder gesund werden. Unsere Gedanken sind auch bei den Überlebenden, bei denen, die noch Freunde oder Verwandte unter den Trümmern vermuten, die um Vermisste bangen und bei all denen, die in diesen kalten Wintertagen und Nächten buchstäblich vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Wir können die Katastrophe nicht ungeschehen machen, aber wir können helfen in der Not und Deutschland hilft. Noch am Tag des Erdbebens sind Rettungstrupps und medizinische Teams aus allen Teilen unseres Landes in das Katastrophengebiet aufgebrochen. Unsere Hilfsorganisationen liefern Heizgeräte, Generatoren und Medikamente. Wir wünschen ihnen viel Kraft bei ihrer lebenswichtigen Arbeit. Spontan haben sich viele private Bürgerinitiativen zusammengetan, oft auch von Verwandten und Angehörigen. Sie organisieren Hilfe, sammeln Spenden oder warme Kleidung für die Betroffenen in der Türkei und in Syrien. Für diese Hilfe in der Not bin ich Ihnen allen sehr, sehr dankbar. In kürzester Zeit haben Sie eine Brücke des Mitgefühls errichtet, eine Brücke der Solidarität zwischen unseren Ländern, die menschlich so eng verbunden sind. Schließlich stammen rund drei Millionen Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland aus der Türkei, auch aus den besonders schwer zerstörten Provinzen Hatay und Gaziantep. Viele weitere haben familiäre Wurzeln in Syrien. Sie alle fühlen mit den Betroffenen vor Ort bangen um Freunde und Familienangehörige dort. So lautet ein türkisches Sprichwort. In Deutschland sagen wir es ähnlich. Den wahren Freund erkennt man in der Not. Und wir sind wahre Freunde. Als Freunde teilen wir ihren Schmerz. Und als Freunde lassen wir sie in der Not nicht allein.